Der Karl Lauterbach und der Drosten, die beiden kommen mir vor wie Manager. Ihr wisst ja, früher als ACDC auf 2 ging, da wurde davor die Werbetrommel gerührt, da hieß es, da im August, im Herbst, da kommen ACDC, bereitet euch drauf vor, bestellt schon mal Karten. Bei Lauterbach und Drosten sind das nicht ACDC, ich weiß, aber es ist das Virus. Darauf sollen wir uns schon alle mal vorbereiten, denn bald ist wieder Virus-Tournee. Die Bad Boys der C-Virus-Familie touren dann wieder durch ganz Deutschland. Und wir, die Bevölkerung, wir müssen uns schon darauf einstellen, das machen doch die zwei. Sie verkünden pausenlos die zweite Welle. Lauterbach bestürzt, zweite C-Welle kommt auf uns zu. Zweite Welle rollt an, Virologe Drosten besorgt über C-Comeback. Diese permanente Panikleier, vor allem vom Lauterbach, geht dem Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Kanassit ziemlich auf den Keks und er kritisiert die ständigen Corona-Warnungen vom SPD-Mann. Der höchst verantwortungsvolle Gesundheitsexperte der SPD, der derzeit in den Mainstream-Medien quasi omnipräsent ist und jede Gelegenheit nutzt, um eine zweite C-Welle heraufzubeschwören. Die Tourneedaten sind also schon mal bekannt und deshalb könnt ihr euch auch schon um ein neues Ticket bemühen, also um einen neuen Mundschutz, ne? Der Virologe Schmidt-Kanassit hat auf jeden Fall keinen Bock auf die Tournee und will deshalb auch kein Ticket kaufen, denn die allgemeine Maskenpflicht hält Schmidt-Kanassit für sinnlos. Eine Maske zu tragen würde nur dort Sinn ergeben, wo viele Menschen auf engem Raum längere Zeit zusammen seien. Wenn man allein auf einem Bahnsteig sitzt, braucht man keine Maske zu tragen. Oh, das ist ja ganz schön verantwortungslos, nicht wahr? Auch von Lauterbachs neuem Steckenpferd den Schmierinfektionen hält Kanassit gar nichts. Diese spielen überhaupt keine Rolle, sagt der Hamburger Virologe. Aus dem Blickwinkel der Pandemiebekämpfung sind solche Aussagen hoch problematisch. Lauterbachs Behauptung, dass Infizierte in Geschäften auch Waren kontaminieren könnten, sei völlig falsch. Lauterbachs Äußerungen sind hochgefährlich, laut Schmidt-Kanassit, und er bezeichnet sie als dysfunktionale Dramatisierung. Diese ständige C-Panikmache mit einer angeblich drohenden zweiten Welle führten laut dem Virologen zu einer Daueraufgeregtheit und letztlich zu einer C-Müdigkeit. Ja, warum denn das? Weil man eben in den entscheidenden Punkten die Aufmerksamkeit der Bevölkerung brauche und eben nicht bei belanglosen Dingen. Und er fragt sich, ich weiß nicht, warum Lauterbach das macht. Ja, aber hallo, wie soll man uns denn sonst in Dauerpanik halten in einer Zeit, wo überhaupt gar nichts los ist? Die Flamme der Panik darf doch gar nicht abklingen, das ist doch völlig klar. Die neue Normalität muss doch aufrechterhalten werden. Einschränkungen im öffentlichen Leben dürfen eben nicht aufgehoben werden. Der Mundschutz als sichtbares Zeichen der neuen Normalität, der Unterdrückung, muss uns täglich daran erinnern, dass wir wissen, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Die neue Normalität ist die vom Staat verordnete. Ganz im Zeichen des Schutzes nimmt der Staat uns unter seine Fittiche. Hier können wir ganz beruhigt Selbstbestimmung und freien Willen ablegen. Ausgestattet mit weniger Rechten und mit weniger Freiheit führt uns der Staat in den neuen glorreichen Sozialismus. Dort, wo dann das Individuum aufgehen kann in dem großen Kollektiv. Sanft, ganz sanft werden wir umgedreht. Das Vertrauen in unsere Regierung und unseren Staat macht das möglich. Kritik ist unbequem. Der Staat wird alles für uns richten. Der Lauterbach ist doch ein perfektes Beispiel dafür. Er hat sich auch gewendet, umgedreht um 180 Grad. Schaut doch mal, der Lauterbach war früher Mitglied der CDU. 1995 wurde er sogar von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung gefördert. Und seit 2001 ist er SPD-Mitglied. Also um die Jahrtausendwende, da war das noch ganz okay mit der CDU. Da war die CDU noch CDU. Und da war sie auch noch schwarz. Und wenn man an der schwarzen Farbe gekratzt hat, kam da drunter auch noch schwarz. Und nicht jetzt. Jetzt kommt Rot. Der Lauterbach hat sich vom Konservativen, vom Rationalen gewendet hin zum Sozialisten. Das zeigt deutlich, dass er sich um 180 Grad drehen konnte. Heute wäre das ja gar nicht bemerkenswert. Heute ist das ja egal, ob ich in der SPD, in der FDP, in der CDU oder SPD bin. Das ist ja völlig wurscht. Oder bei den Grünen ist ja schnutz. Es ist ja sowieso jetzt gerade alles einheitsbrei. Wenn jetzt einer von der CDU zur SPD wechseln würde, ja meine Güte, was wäre denn da großartig anders? Eigentlich gar nichts. Der Name und vielleicht die Räumlichkeit. Wir haben es auch fast geschafft, die politische Gewaltenteilung vollkommen aufzuheben. Da sich die Altparteien inhaltlich fast kaum noch unterscheiden und es nur noch einen störenfrieden gibt, der eine blaue Kappe trägt, ist die Wandlung fast vollzogen. Jetzt muss nur die Bevölkerung gänzlich umgedreht werden. Daran arbeitet man ja auch schon einige Jahre, vor allem die Alt-68er-Generation, die Frankfurter Schule. Und auch dieser Wandel ist schon weit fortgeschritten. Und bald schon kann das neue glorreiche Zeitalter anbrechen. Alle gleich arm und keiner hat mehr was zu sagen, aber wir dürfen alle Maske tragen. Also umarmt die neue Normalität, an die wir uns gewöhnen sollen. Denn die wird kommen, wenn nicht Virologen wie beispielsweise der Jonas Schmidt-Kanazit oder der Epidemiologe Bhakti, der Lungenarzt Wodarg, Streeck und viele andere, die in den Mainstream-Medien eigentlich kaum Gehör finden, einen Strich durch unsere glorreiche Zukunft machen. Alle Links zum Thema findet ihr natürlich in meiner Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über teilen, liken und ein Abo. Macht's gut, ciao, ciao, euer Freifon. Euer Freifon